Noch eine Kamera. Sieht nach Black Cat aus. Oh, arme Spinne. Du warst sicher enttäuscht, weil ich nicht sauber bleiben konnte. Aber warum sich mit Perfektion anlegen? Miau. Ich glaube, hier wird mit teurem Wein gehandelt. Sie denkt das Geschäft aus. Ich muss ihr zuvor kommen. Ich weiß nicht, dass ich mit Perfektion habe. Ist das alles für mich? Das ist alles für mich. Das war's für heute. Die Dämonen brauchen mal Urlaub oder so. Die sind viel zu angespannt. Alle Einheiten benötigen sofort Verstärkung. Die Dämonen sind schlimmer als Fisk es jemals war. Die Dämonen sind schlimmer als Fisk. Die Dämonen sind schlimmer als Fisk. Die Dämonen sind besiegt. Die Dämonen sind schlimmer als Fisk. 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 Ich meine, es gibt noch ein paar offene Fragen, aber... Offene Fragen? Ein Laster, der vom Tatort verschwindet, von der Firma Consolidated Shipping. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich weiß auch nicht. Vielleicht können wir nachher einen Kaffee trinken und das herausfinden. Ja. Ja, danke. Ich hätte es nicht besser sagen können, doch ich versuche es. Wir alle wissen, Officer Davis ist ein Held. Aber wie wäre es denn stattdessen mit einem Abendessen? Ich komme vorbei und ich koche. Oder wir treffen uns an einem völlig neutralen Ort zu einem völlig normalen Essen, gekocht von Profis. Für Taten außerordentlichen Mutes, die über die Pflichterfüllung hinausgehen, verleihe ich mit Freuden Officer Jefferson Davis, die Ehrenmedaille der Behörde. Ich bin hier gerade wirklich beschäftigt, Jim. Klingt dringend, Sir. Gut. Herzlichen Glückwunsch, Sir. Danke, Bürgermeister. Ich teile diese Ehre mit meiner Familie. Meiner Frau Rio und meinem Sohn Miles. Ohne Ihre Unterstützung könnte ich den Job nicht machen. Ja? Seit Jahren warte ich auf diesen Moment. Wer ist da? In den nächsten Tagen werden Ihre Firma, Ihre Stadt und alles, was Ihnen wichtig ist, vernichtet. Menschen werden um Hilfe betteln. Aber sie werden nichts tun können. Pass auf, Dummkopf. Solche Anrufe kommen jede Woche. Warum sagst du mir nicht einfach, was du willst? Ich will sie leiden sehen. Ich will sie und ich will sie. Ich war ein deutlich, dass ich nicht hinterher mir bin. Runter! Oh Gott! Miles! Miles! Bist du okay? Ah! Miles! Miles! Peter! Komm schon! Peter! Miles! Miles! Oh Gott sei Dank! Kannst du mich hören, Schatz? Ich höre mich. Meine Hand, wenn du mich hörst. Bleib mir! Bleib hier! Ich suche deinen Vater! Peter! Peter, wach auf! Komm schon, sag etwas, bitte! Nein! Mom! Komm! Das ist verrückt! Da drüben! Komm! Komm! Schnell! Schnell! Schnell da! Es rutscht weg! Schnell! Mach es! Mach es! Mach es! Mach es! Mach es! Mach es! Alles okay? Gut gemacht, Junge! Bist du okay? Ja, ja, ja! Bist du okay? Mir geht's gut! Ja, alles gut! Mit mir ist alles okay! Ich bin okay, mein Schatz! Ich muss Dad finden, okay? Nein! Miles, nein! Dad ist da drin! Ich werde ihn finden! Miles! Wieso? Entfernung! Das ist alles! Wieso? Ich weiß es! Mann! 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 Zwei Teufel. Da, da! Da! Wo wollt ihr denn bitte? Sankai, geht in Bulio? Da durch? Noch nicht? Sie werden mich sehen? Okay. Nein, nein! Nein, du bist doch! Das hier ist kein Problem. Das hier ist ein Schanin. Ich kann nicht rüber. Ich muss um die Typen gehen. Ich weiß nicht, was ich gerade hörte. jetzt stand genau hier ich muss ihm helfen hier 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 Der Schabte ist tot. 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 Der Schabte ist tot! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das tut mir leid, Chef. Ich bin im Stress. Was gibt's? Hast du schon nach Martin Li gesucht? Nein, wie gesagt, ich kann aufgrund einer Vermutung von Spider-Man keine Fahndung ausgeben. Ich sage dir, er ist unser Mann! Bring mir handfeste Beweise, dann sehen wir weiter. Handfeste Beweise. In Ordnung. Hey, ich bin's. Hey, und? Was denkst du? Ich hab's vermasselt. Der Junge hat seinen Vater verloren. Ich kenn dich zu gut, um dir zu raten, du sollst mal eine Pause machen. Was ist mit der Polizei? Hat der eine Spur zu Li? Sie suchen ihn nicht mal. Selbst Yuri glaubt mir nicht. Dann müssen wir ihn finden. Ich hab nachgeforscht. Geh zu dieser Adresse. Martin Li hat letztes Jahr eine Mehrheitsbeteiligung an diesem Recyclinghof erworben. Du glaubst, er versteckt sich da? Vielleicht. Wir wissen, dass er nicht beim Feast ist. Wenn er nicht am Recyclinghof ist, findest du dort vielleicht Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Klar. Gute Arbeit, MJ. Ich sag Bescheid, was ich herausfinde. Oh, und eins noch. Ich habe mit einem Detektiv über die Verhöre der Dämonen gesprochen. Sie behaupten, Martin Li habe die Macht, Zitat, Leute zu verderben. Verderben? Was soll das heißen? Es soll eine Art Gedankenkontrolle sein, die deine negative Seite weckt. Man tut dann Dinge, die man sonst nie tun würde. Hm, hört sich weit hergeholt an. Sagt der Typ, der Wände hochlaufen kann. Die Dämonen haben eine Bombe in einem Auto. Ich muss sie aufhalten. Leute, schon mal was von blinken gehört? Das gibt einen Strafzettel. Wuhh! Gehe ich mich! Mach! Endstation. Machst du am Stand weil sie! Und du mal in einem Auto. Ah! 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 In dem Laster ist eine Bombe. Ich muss sie entschärfen. Ah! 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 Die Dämonen zahlen sicher jede Menge Versicherung. Die Kameras sind nicht billig. Wenn Felicia knapp bei Kasse ist, warum lässt sie sie dann hier liegen? Ich liebe es, wenn du mich jagst, Spenne. Irgendwann darfst du mich auch kriegen, aber heute nicht. Ich liebe es. Noch eine Katze. Black Hat führt gern Leute an der Nase herum. Am liebsten mich. Die Dämonen rauben einen Panzerwagen aus. So funktioniert ein Geldautomat aber nicht. Das ist ja noch nicht mal einer. Ich liebe es. Ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut. Das war's für heute. Hey! Im Wagen! Warten Sie! Hilfe! Hilfe! Das Schlauptwerk! Das Schlauptwerk! Das Schlauptwerk! Die Dämonen sind schlimmer als Fisk es jemals war! Die Dämonen sind schlimmer als Fisk es jemals war! Festhalten, Officer! Die nettschwingende Kavallerie ist da! Das Schlauptwerk! Das Schlauptwerk! Das Schlauptwerk! Das Schlauptwerk! Das Schlauptwerk! Das Schlauptwerk! Letz voila! Fisk war verrückt, aber er liebte New York. Aber die Dämonen, die wollen anscheinend nur die Stadt zerstören. Achtung, bewaffneter Raubüberfall im Geschäftsbezirk. Bei Sugarhill wurde ein Vorfall gemeldet. Over. Peter, meine Mom war eine große Befürworterin der städtischen Dampfheizungen. Sie seien umweltfreundlicher als fossile Brennstoffe, aber hohe Druckkraft kann zu Explosionen führen. Die Station überwacht den Druck in speziellen Gebäuden. Hilf mir, Oscorp von der Effizienz zu überzeugen. Bitte. Harry hat viel investiert, um das Erbe seiner Mutter zu bewahren. Wer kann es ihm verdenken? In einigen Gebäuden in der Nähe steigt der Druck rasant an. Das Problem wird anscheinend durch defekte Regler verursacht. Ich muss sie zerstören, bevor der Druck zu hoch wird und das Gebäude explodiert. Die Stadt wird die kaputten Regler ersetzen. Ich habe keine Zeit für eine sanfte Lösung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020